hallo und herzlich willkommen zu einer folge let's play shelljog live mit dem guten marcus wir spielen heute panzer marcus ist zwar noch nicht bereit aber wir spielen panzer heute na gut dann bin ich mal ready und dann schießen wir uns gegenseitig ab und das war es auch schon im ganzen großen und ganzen hater würden sagen nordkorea simulator 2017 das hat er jetzt nicht gedroppt ich glaube gleich was anderes auf dem panzer okay diesmal machen wir beide gleichzeitig wir schießen also wir können beide gleichzeitig auswählen und schießen dann gleichzeitig also wissen wir das war eine zweite runde jetzt verwirrt er mich direkt mit einer lösung ist gut ne gerade haben wir es normal gemacht also einer nach dem anderen aber ich bin gleichzeitig auch ganz lustig glaube ich und auf einem neuen web und ich bin verkehrt herum das ist meine orientierung ist wieder kaputt was machst du jetzt damit und gewinnst du ja wow alter wow das hat richtig viel gebracht wow cool das habe ich jetzt überhaupt nicht nein ich habe eine banane auf dich geworfen wie gefällt dir das hätte ich gesagt relativ nicht so relativ nicht so relativ nicht so relativ nicht zwei dumme ein gedanke nur dass du triffst ja ich kann das doch nicht so alter zweite runde ja natürlich auch ein bisschen wäre bis das richtig am stüssel ist ach scheiße man kann ja scheiße ich habe vergessen die portale zu benutzen die könnte man ja eventuell benutzen und benutzen aber tut er nicht macht er nicht macht einfach nicht was von daneben getroffen was das beteiligt getroffen ja ich habe selbst gedacht ich treffe das total aber das trifft sich aber auch nicht das trifft ganz gut das trifft ganz gut eigentlich nicht 3,2,1, fire ja ich treffe nicht das war kackt ja ich töte mich selbst nice ich töte mich im berg und was hast du gemacht ja strike ja das hat ja gar nichts gebracht aber ich habe dich nicht getroffen habe ja echt ok ich habe es noch über den berg geschafft immerhin nice jetzt ist der berg kleiner geworden exakt exakt wie ich denke ich mache ich mache wie viel ist der fisch ich habe beide gut gepackt ne auf jeden fall schätze ich oh ok ich glaube ich bleibe hier einfach stehen und mach einen auf dissen klick 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 ja wow toll wow well war gut schätze ich well well nicht so semi würde ich sagen so semi ok semi profi auf jeden Fall du wieder mit deinem stream du musst mehr hoch schießen ja ich habe das ist einfach eine dumme map ganz ehrlich was ist denn dieser große berg und jetzt bist du auch noch beschützt weil du es so nötig hast ja weil du es so nötig hast ja das ist der sinn von dem spiel man muss es hoch schießen kann ich nur seine erwartungen niedrig halten ach komm ach komm ganz ehrlich ganz ehrlich aber wir bräuchten mal neue waffen das wäre ganz angenehm glaube ich ja doch twinkle twinkle little star ja ihr merkt Leute das wird eine safe Runde für dich ja auf jeden Fall wird das eine safe Runde für dich du wirst safe verlieren ja das ist gar nicht so unwahrscheinlich das ist wahrscheinlich dass das nicht so unwahrscheinlich ist wahrscheinlich nein oh da hat er mich getroffen aber 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 du nicht ne scheiße ja ich habe es eingetummelt amore 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 sagt mir oh shit Achtung oh shit oh 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 shit fire oh man alter das kann es doch nicht geben ich lasse das feuer regnen nooo vor allem meinen drachen die ich nicht habe ich glaube ich komme hier nicht weiter hoch was ist das na ja ja mach ich einfach mal das hier das würde schon irgendwie sinn geben könnte sein könnte sein dass ich mich jetzt selbst tütsche damit keine ahnung ich treffe wahrscheinlich überhaupt nicht ich muss mal hier so ja überhaupt nicht ich freue mich schon so auf die nächste runde einfach sie ist einfach nicht gut gestartet weißt das war einfach na ja ich schiebe es darauf genau schiebe es darauf ja schiebe ich wenn auf nichts anderes dann auf den start ja alter dein rapid fire äh dein stream du machst einen sehr guten stream marcus muss ich sagen danke wann streamst du eigentlich mal wieder genau ist ja so lange her ein tag hübscht äh das war irgendwie die falsche richtung das war total falsch oh lol ich wollte gerade sagen das das klingt ja auch eher so wie ein fußball und nicht wie wie eine granate unbedingt ähm dann mach ich mal oh der hier ist das ist äh das ist auf jeden fall meiner ah keine ahnung alter was double damage aber bringt nichts wow seriously das war überhaupt nicht äh ja jay jay so beautiful amazing was zum what okay du hast mir schaden gemacht tatsächlich ja hab ich auch überhaupt nicht wirklich erwähnt zu werden sieben sieben ganzen schaden geile na dann mit lachen ja die runde läuft gar nice ey wir sind so gut in diesem spiel ja wir haben es auf jeden fall verstanden ja es gibt noch nie bessere spiele als uns das steht schon mal fest ja ja das war ineffizient ja ich kriege ja neue waffen ney ney eine neue waffe ist wie ein neues leben schalalalala warum muss ich immer schlagerlieder singen während ich hier mit Panzern spiele nein schlagerlieder und okay das muss jay gut äh nächste runde wird besser hoffentlich he 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 schön joa machen wir mal eine andere Mavri-Sang oder? machen wir mal eine danke okay okay ähm ach komm die hier können dir die gefallen ready set BLIST äh ready schatz ich? ja machst du auch mal? okay so wir kommen zur nächsten runde auf einer neuen Map und Markus steht wieder da wo er hingehört links genau hast du gesagt du positionierst dich rechts damit? das war nicht so gut das war nicht so gut naja ich sag dir gleich was nicht so gut ist ich sag dir gleich was nicht so gut ist ich sag dir gleich was nicht so gut ist hm seriously man seriously streamfalltreffer streamfalltreffer ja ja das war zwar nicht geplant aber okay ja zauber ne ich würde eigentlich auf dich schießen irgendwie habe ich es nicht äh richtig gemacht ja war gut ja auf jeden Fall nicht geplant neues Item einsetzen koopies ja 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 ein Schaden wow das war effektiv geile Seite auf jeden Fall danke fürs Level kleine oh das kann auch richtig das kann auch richtig böse sein der Kreis kann sich gegen dich wenden okay hm hm nicht so lecker doch sehr lecker sehr schmackowatzki hm schmackowatzkislof hm machen wir mal ungefähr so alle Pro-Gamer denken sich jetzt was wir tun so dann gibt es das Spiel auch nicht dass es irgendwelche krassen Pro-Gamer gibt es doch gibt es glaub mir ah mein Gott ist auch relativ ne äh ok das war glaub ich ganz gut das war ganz schön scheiße von uns beiden ja oh Double Damage wer kriegt ihn? wer verliert ihn? wer tut vielleicht gar nichts? wow das war effektiv wow das war wow seriously? die Runde war mega geil für mich ich konnte mich einfach heilen haha und ich hab kein Damage bekommen das war richtig ey meine Grenate ist genau auf sich geflogen und hat sich dann einfach ist dann einfach nochmal weggebaut und sie dachte sich ja nee komm wollen wir mal nicht so sein das war ziemlich gut für mich das war ziemlich gut für mich ja aber nicht für mich oh Double Damage gar nichts kannst du unterschätzen das doch so sehr mit dem einstellen ähm ähm ich freu ihn schnell ich freu ihn schnell fast hätte er dich hätte er dich getroffen ne? hätte er dich? fast hätte er fast wärst'n hätte er geworden ja ja zwei dumme ein Gedanke ey ich freu ihn nicht getroffen aber du hast mir sowas gemacht ja ein bisschen okay mal gucken ob jetzt auch wieder das gleiche Motto am Start ist hm ich glaub schon ich glaub schon ja nicht ganz okay hab ich nicht bekommen aber sonst hätte ich stream gemacht tatsächlich ah schade ja das dachte ich mir aber das dachte ich mir aber mach mal einfach mal so just for the lulz ne ich bin nie tot ja nice äh mhm hab ich beides einfach rausgerollt okay ähm ja uff 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 geiler 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 hab ich Items mittlerweile ja hab ich es tatsächlich was wird er oh hä warum why warum kriegst du ne Kiste und ich nicht ja weil ich mir das als Item geholt hab ja das ist unfair ja trotzdem schade hab trotzdem es gepasst okay eine Chance bekommt der Markus noch im nächsten Level ja ja ich bin ja ich bin ich bin ja ich bin Das ist ziemlich krass. 3, 2, 1, go. Hier we go. Ist mir aufgefallen, dass es dasselbe Geräusch ist wie bei Discord. Wenn der runde Rundere betritt, da ist genau das gleiche. Okay, krass. Vielleicht sind die Discord-Macher auch die Macher von Shesh. Du weißt es ja nicht. Das stimmt allerdings. Lass dir die mal, habe ich bei Discord alle Geräusche aus. Kommt die auch wieder runter? Ja. Wow, und sie zünden mich selbst an. Wow, seriously? Finde ich auf jeden Fall konsequent. Well, fuck that shit. Let's fire in the hole. Ja, alter. Ist richtig, ey. Wow, und nicht so drauf. Beide treten einfach nichts. Obwohl ich echt noch näher dran bin. Ja, du hast echt die bessere Ausgangsposition auf jeden Fall. Okay, aber das können wir besser. Oh, was ist das? Ist das die Flower? Ja. Wenn mir der Airstrike geht irgendwo in die... ... nach Rusbekistan. Geht der am Airstrike? Oh, oh, oh. Ich bin einfach safe. Ja, du mich auch. Geil, ich bin safe. Juhu. Das perfekte Schutzschild. Ja. Okay, weiter geht's. Und du? Nice. Was hast du gemacht? Äh, 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 Dings. Ein... Ich habe einfach einen Schuss gemacht, aber es ging nicht. Was habe ich denn... Airstrike habe ich gemacht. Ne, Airstrike. Okay. Ja, das war so klar, ey. Eieieieie, mal gucken. Wer diese Runde... Ich muss jetzt... Ja. Was denn? Einfach nochmal bei dir fast das Gleiche. Wir sollten uns, glaube ich, aufhören abzusprechen. Was wir machen. Ja, das ist so. Gefeiert. Nein. Yeah, 120 Damage. Woohoo. Alter, hast du geblieben. Alter. Nice shot bekommen. Nice fucking shot. Das war echt ziemlich cool. Ja, nee, das klingt gar nichts. Nein. Oh. Wurde ich geschützt, darauf habe ich nicht geachtet. So, luck. Oh man, ey. Na gut, was machen wir jetzt, ne? Hilft dir nichts, ne? Würde ich sagen. What? Ja. Ja. War zu. Komplette Zerstörung. Ja. Das war ziemlich schlecht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und da ziehe ich dich ab. Ja, bis dahin immer noch ein bisschen. Wenn ihr Bock habt, mitzuspielen mal irgendwann, schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal bei Shellshock Live oder bei anderen Projekten. Bis dann und ciao. Tschüss. Euer Akato. Euer Akato. Mmh, 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 mmh.